Mit anderen Generationen einfach mal sich an einen Tisch zu setzen, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen. Eigentlich bedeutet andere Länder kennen zu lernen, andere Sitten kennen zu lernen, andere Kulturen zu erleben. Aber eben auch mit anderen Generationen einfach mal sich an einen Tisch zu setzen, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Einfach selbst etwas Neues zu lernen, um sein eigenes Handeln zu überprüfen. Der Papst hat Recht. Er hat auch deswegen Recht, weil eine Gesellschaft, die so reich ist wie die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, darf eigentlich Menschen, die schwächer sind in der Gesellschaft, nämlich die Jüngeren, aber auch Ältere, nicht einfach beiseite schieben. Es geht letztendlich um das Gemeinsame in einer Gesellschaft. Die Älteren freuen sich über die Jüngeren, nicht nur, weil es die Enkelkinder sind, sondern letztendlich, weil es ja auch die Zukunft für die Menschheit insgesamt bedeutet. Und deswegen darf eine Gesellschaft niemals vergessen, dass es Schwächere auch in der Gesellschaft gibt. Dafür sind wir verantwortlich. Müscht euch ein! Müscht euch ein!